Wir sind hier beim Emil und bei mir sind die Kessler-Zwillinge, jetzt sind sie abgehauen. Die sehen alle gleich aus. Seid ihr alle Schwestern oder Brüder? Wir sind alle Schwestern. Von wo kommt ihr denn? Von Hauenstein. Hauenstein heißt das nicht? Häschte? Hauenstein, nein. Sag das mal richtig, Häschte. Häschte. Was liebt ihr an Häschte? Alles. Gibt es in Häschte auch schöne Männer? Nein, nur schöne Frauen. Ah, da ist er ja. Kennt ihr den jungen Mann? Der einzigste Schöne von Häschte. Wie hässt du denn? Wie hässt du denn? Keine Ahnung, kennt man nicht. Wie hässt du? Der Schmiede Hansen Rummer. Der Schmiede Hansen Rummer. Ja, gefällt es euch bei der Bahnenmann-Tour? Sehr. Wie viele Jahre seid ihr schon dabei? Sechs Jahre. Sechs ist immer gut, wisst ihr ja. Macht auch jung, ne? Das ist ganz wichtig. Genau. Und was habt ihr schon getrunken? Ähm, mindestens sechs Scholle. Sechs Scholle, schon wieder sechs. Was ist sechs mal sechs? Mit sechs. Sechs mal sechs. Drei Schnaps. Sechs mal sechs. Sechs mal sechs. Falsch. Ah. Den habt ihr nicht kapiert, den Witz. Nein. Ihr seid ja blond. Okay. Also ihr dürft doch grüßen, nicht abhauen. Ihr dürft doch grüßen. Wenn ihr mal grüßen. Ja, wenn ihr wollt. Nicht immer so rumdrehen. Ja, ich muss das mal. Eure Fans wollen euch mal sehen. Ja, all unsere Fans wollen mal grüßen. Und ein Papa daheim. Nein. Sehr gut, danke. Ja, danke.